ich habe mein Haus fertig ja, bist du so billig aus, um eine Absteige? nein, mein Zimmer habe ich fertig nein, nicht fertig aber wow, er hat ein Zimmer, ich habe ganzes Haus fang sich nur wo glaub ich mach mir noch Haus so, aber nicht mit Till, nicht mit Till ne, ohne Till, sing doch so also allen Till sagen wir, wenn er da ist, ne? oh, die haben da so ein Haus gebaut, ohne dich, absichtlich der wollte das andere eigentlich auch verkaufen, aber hat nicht mehr gereicht die wollten das nicht, weil du da drin wohnst oh oh, falsche Steine abgebaut ja, nein ja, nein oh, hat jemand Wolle? ey, zillert doch was in die Kuh gekommen, oder? will man nicht hat immer ein Inventar, sagt hat jemand Wolle, die er braucht drei Stück, nur? ne, ne, nur aber ich hab hier schaft ich will nicht mal helfen ich will nicht mal helfen ich will immer noch nix hast du Pech? das war Spaß alter, ich will Abi wenigstens sein ja, mach der auch nicht ja, mach der auch nicht Keiners Atmen selbst ich bin Spieler deswegen kannst du schieben mhm weil du Spieler bist, ne? ich bin schieb der Spieler oder ob jemand äh Zuckerrohr braucht oder hat auch ne ich seh hier welches auch ich hab sogar welches ich brauch auch keins mehr ich nehm gleich meine Speedtränkel und dann nimm mich noch wie ohne Speedtränkel ohne Speed ist erst zugegeben dann nimm mich noch meine Feuertränkel und vollends auch eine Alterweite zu verdrungen äh weil ich mich nicht für die Hardcore eifi Hardcore dann werde ich mit Gifttränken auf die Scheißleucht stirbt, ja stirbt sort zum im v N die die sein wann guckst du meine Kiste ich bin ich gar nicht ich hab mich griefen oh, falsche Stand abgebaut komm sofort wieder ok, jetzt schnell griefen Spaß ich sie so mobile joint to game oh nein maa das hat nervig mach ich mal da ne, alle weg ok hä? ach nein maa so, jetzt hab ich's boah krass kohle 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 kohle, cohle kohle, cohle dass er was aus alles da ich sagte zu mal weiter nichts mehr ich möchte ihn bei mir an wenn er stellt sich in Ordnung der Markt genauer ausnahmen nämlich diese Dateien am meisten wieder an man könnte noch mal weiter spielen dann war er noch aus woher ja weil ich das auch noch ein paar das ist das ja auch ab und sein können nie dass ihr so wachen Portik Aliex Projekten ich habe kräftet ist der privaten wir die Türen der reinkommt ab noch mal Prozent vor allem ich gebe dann um anderen Server so ist an müsste anbauen ja toll wenn ihr gerade auf andere so bin ja ne ist klar ist nicht meiner tschüss ich bin direkt am ertrinken wenn ich reinkomme spaß irgendwie hat das was aber das gefällt mir nicht nein spaß das was es hat gefällt mir nicht wessen bin hat das haus ist das denn wo ja hier so neben dem spawn direkt mit auf dem berg oder wo nein weg neben dem spawn nein und von niemandem was ist das für ein fail wie tilt das tilt ja der hat da angefangen zu bauen warum keine ahnung was wgf was war das wgf wgf Premiere jajjajjajjajjajjjjjw wgf mein Gott ihr seid alle so ruhig noch da Runk 507 Alter das ist da ich will jetzt mal eben pissen ich geh auch noch pissen und an die alten Sauer ich fähle und noch doch um die ganze Zeit nur Orten auf Heide Okay, mach mir einen eigenen. Ohne Workbench. Noch da, Jan? Ja. Du bist so leise. Ich geh gleich offen. Warum? Hack mal meine Luftgefühle auf Minecraft. Und ich muss auch kein... Ja, wir spielen schon über eine Stunde. Ja, warte mal noch zwei Minuten und 50 Sekunden. Okay. Hey, Bauer, Teiler, ich will doch noch eine Woche. Ja, geht doch. Von der Meckern? Hä, geht? Geil. Das geht. Das kenne ich, das weiß ich. Nee, das habe ich keine Ahnung. Nee, egal, bleib ich sie stehen. Ich baue mir doch kein Haus so im... Im, ähm, wer heißt das denn? Im Berg. Ich baue da direkt neben dem Spawn. Hm. Team Pecak, 11, 12, die um 21 Uhr, k� Zweim sind auch 13. Schwer TV auch nicht und mir ich gehe es gleich aus nacht Prozent sich jetzt der Aufnahme hier ist 10 Verlust ja ich brauche immer ein was kommt ihr übernimmt ihr auch auch gleich die 1 25 10 dann guck wie ich nur noch offen Domo ist auch noch zu Ende Ne noch 20 Sekunden 6,7, 8, 9, 10, äh 12, 13, 8, 13, ok, ok ich sag dir Bescheid wann mit dem Piss Gras okay, verabschieden ja, ich fülle noch eben was auf und dann tschüss bis zum nächsten Mal, tschüss